Musik Musik Lut, 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 Lut Da oben ist einer Und da ist einer Das ist unpraktisch Das ist praktisch Oh, da mache ich schon ein bisschen mehr Schaden bei Ink Oh, da mache ich schon Ich bin verloren Oh, ich bin fast tot Ah nein, 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 das wollen wir nicht nochmal Oh, da mache ich schon mal Oh, da mache ich schon mal Oh, da mache ich schon mal Ich will dich runterschneißen. So. Aua. Wieso walle ich jetzt runter? Und wieso stirbt der jetzt? Der ist noch gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Easy. So. Ähm. So. Jetzt lasse ich die ganzen Schätze hier und gehe einfach... Das triggert wahrscheinlich gerade sämtliche Zuschauer. Hier. So. Ähm. Das müsste ich hier eigentlich wirklich mal machen. Ähm. Einfach so, ja. Ich befreie das nicht wegen Geld und Blut, sondern einfach weil ich töten will. Hehehe. Iiii. 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 Alter, was, äh, was sind das hier für Schweine? So. Ah. Ah. Aber wieso bin ich ja noch kein, äh, nicht Level ab? Das, äh, war eine sehr schwere Festung. Ich wäre ein paar Mal fast gestorben. Ach. Ne, ne, das überzeugt mich nicht. Oh, da oben. Kann ich hier hochklettern? Na. Dann nehme ich mal die Leiter. Ah. 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 Götter. Das brennt. Was war das gerade? Hä? Ähm. Das war natürlich hier beabsichtigt. So. Schatzblendern, da vorne ist noch ein Schatz. Oh. Und der das, äh, um Boden magst du... Oh, ah. Okay. Alles, ja. Alles, Tierchen. Uh. Eine fancy Truhe. Wie haben die die hier hochge- geholt? Kampfklinge. Uh. Uhlala. Die drei Drachen, die waren es wert. Okay, gut, ähm, Pino hat Pokis noch nicht verlassen. Er versteckt sich im westlichen Teil des Tals der Schlange, wow, noch objusly mehr, könnte man es nicht machen. Und Wildschweine, wenn ich die befreie, greifen die mich an, ganz sicher. Gut, ich lasse euch mal frei, ich lasse euch mal frei, ich lasse euch gleich frei, auf rumzuklettern. Oh, hier gibt es eine Seilbahn, cool. So, wo muss ich denn hin? Ah, spielst du eigentlich mit den Odos, wo du alles selbst suchen musst? Ne, ähm, Sarah hat mir dringend davon abgeraten. So, hier unten müssen wir hin. Teil der Schlange. Okay. Oh nein, das haben wir, oh Gott, wir waren doch da die ganze Zeit, das haben wir da vergessen. Doof. Sehr, sehr doof. Sehr, sehr doof. Ähm. Ja, dann reiten wir mal, ne? Wir können natürlich auch hier hin. Kopfgeld. Oh. Kopfgeld. Oh. Dann machen wir erstmal die beiden Kopfgelder. Oh. Ach, da ist ja gleich da, das ist ja super. Okay. Drei. Doch, ey. Glaub mir, du willst überhaupt nicht hier sein. Oah. Iressus. Oh. Das ist ja so, wo ich das geht. Gut. er pinkelt die machen party aber die die kraft mich ja gar nicht an ich töte euch gleich hatte was der mit ausgefahrenen gemüt was hat er gesagt oh gott zwei sekunden in schokolade gegessen und schon ja wie soll ich das jetzt machen ich fühlte ein bisschen schwerer den kann ich auch ja ja nein ja 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 Ich hab gerade geblaubt. Oh, jetzt war's aber. Das war jetzt noch mehr Lucky als sonst irgendwas. Keine Sorge. Der hat mich noch erwischt. Ey, ich dreh dich hier einfach frei. Und dann noch voll in den Arsch. So, nur noch du und dich. Um mal einen richtigen Gegner zu haben. Warte, können wir die gerade entgegen? Ja. Au. Oh. Ach komm, schlag nochmal. Ach nee, ich hab doch. Na ja, egal. Dann reiche ich halt aus. Heute lernst du Hades kennen. Grüß Gott. Wie lächerlich machen. Ich hab gerade... ...ein Vorort mit ganz vielen spartanischen Abschaum erlegt. Ja. Gerade ihn hat er ja das... ...oder Freund bei denen. Dann hat das ja doch mit dem Blotten so perfekt funktioniert. Alter. Gleich mal einen Clip machen. Gut. Das war super easy. Hier muss ich vorsichtig vorgehen. Nope. Nicht mehr. Oh. Da habe ich neue Items bekommen. So, neuer Helm. Cool. Äh, 14. Äh, 14. Krass. 11. Jägerschaden. Oh. Das ist gut. Attentatsschaden. Ist auch nice. Ich will ähm. Ich will ähm. Mit den Bogens so viel Schaden machen. Wie nur irgendwie möglich. Ja. Ganz sicher. So. Attentatsschaden. Attentatsschaden. Die sind gleich. Die anderen sehen besser aus. 13. 13. 13. Schaden bei Tieren. Ja. Sieht so aus als würde ich das noch brauchen. Uh. Der Lally. So. Hier habe ich jetzt, äh. Ja. 13. Schwere Klingel. Uh. Ich bin der Zensenmann. Und ich mache was ich kann. Denn ich bin der Zensenmann. Ah ne. Da stehen sie so rum. Ähm. Ich bin der Dolchmann. Ähm. Äh. Was? Weil ich gerade angegriffen habe. Ja. Die waren mit dem Angriff noch nicht fertig. Gut. Weil das äh fette äh unspektakuläre äh Schild so von wegen. Nein. Äh. Das könnt du hier nicht machen. So. Dann holen wir uns mal. Die nächste äh. Boyband. Komm schon. Komm. Komm. So. Oh. Tschuldigung. Ho. Ho. Nicht ho. Mach weiter. das sind wieder zwei fette irgendwie die die haben die gleiche aufstellung wie die davor also der pinkel die beiden sind hier der ist da ich wollte das ab machen an einem nicht verpflichtet vor allem das hier gibt es aber noch nicht das ist ja noch einer aber Mann! Lass mich mal da durch! Oh, hi! Ja! Vielleicht noch? Wie der übertreibt? Ah! Upsi! Oh, ich hab... Ähm... Alter! Sanitäter! Ich glaube, er sanitäter hilft auch nicht! Der hat mich eigentlich zeseliert! Ja, der Gute! Hast du... Geschnappt, lieber? Warte mal! Ich mach mal erstmal... Ich schau mal erstmal auf die Karte! So... Wo muss ich hin? Da! So! Und alles nur, weil ich, äh... Aus Versehen die Bombe gedrückt habe und nicht die... Die Fernkampfattentats... Klinge... Wurf... Blablub! So! Da oben war auch einer, ne? Ich nicht! Ach, der geht gerade runter! Ja, vielen Dank! Hm... So! Könnt ihr euch eigentlich mal verteilen? Das wär... Herz an der Liebst! Ich glaube, den... Kann ich nicht... Schnell töten! Vorsichtig! Niemand darf mich sehen! Ich weiß, ich weiß, keine Sorgen! Ich mach nix! Ich mach nix! Ach, dammit! Sie haben mich gesehen! Ja, wahrscheinlich haben sie gerade hergeschaut! Was? Was war jetzt nicht zu sterben? Okay! Da kam einer von uns! Ich hab nix! Ja! 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 Mach mal! Warte, die. Sparte einmal Nerten ja mit ihren Toten! Ja! 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 Aber das ist nicht easy. Oh! 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 Achilles O'Trib fault of the капitles. Oh! 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 Ach komm. Ich kann das mal wieder auch. Oh. Tja, wo habe ich hingeschossen? Ah, eins geht, ok. Oh nein, habe ich das bei dem anderen gemacht? Ne, oder? Ich glaube bei dem anderen habe ich den Tod nicht. Ah. Beim anderen habe ich glaube ich den Tod nicht bestätigt oder so. Auf jeden Fall sind wir jetzt 13. Keine Söldnerin. Doch, ok. Haben wir. Fähigkeiten. Juhu. So. Leoparden, Löwen, Luchse. Erhöht den Fähigkeiten Schaden um 20%. Das ist auch gut. Können wir in der Geschichte voran. Können wir in der Geschichte voran. Können wir in der Geschichte voran. Weil hier unten habe ich halt schon so viele. Ich mach mal Bogenbeherrschung weil Bogen schießen tue ich ja eigentlich immer. Das ist toll. Kriegschaden. Kriegschaden. Hier ist Gesundheit und kritischer Schaden. Kritischer Schaden ist halt auch cool. Okay, ich will aber mal kurz sehen wie der aussieht. Kriegschaden und hier haben wir Jägerschaden, also Kriegschaden nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Okay. Du siehst, mach mal. Aber hier würde ich gerne wieder das da haben. Was ist hier neu? Also der Kampfsperr. Also Schwerkampf finde ich eigentlich auch ziemlich interessant. Und wieder den blauen Bogen, der ist am Geißen. Aber. Sieht schon cool aus. Aber naja. Alter komm. Ich meine, die haben wir uns angegriffen. Griffen. So, schwere Athena-Arm-Team. Na gut, dann schauen wir mal nochmal, ob die noch besser sind. Jägerschaden. Die sind noch besser. So. Können wir da irgendwie, ne, da können wir ja nicht schnell reisen. Dann reisen wir mal nach da, wieder zum Tempel und auf den Vogel, also den Aussichtspunkt. Und dann geht's ab. So. Ganz super, dass du auf Jäger gehst. Bist du auch auf Jäger oder auf Attentäter gegangen? Oder Krieger, was ich eigentlich nicht glaube. Konklett-Täter? Mhhh. So. oder was sind das denn für wolken achso nur das schnipsel hier so ein bisschen nach feuer und klar aus die 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 theater finde ich so so krass gemacht also so krass designt auch die wurden ja so designt das man überall egal wo man sitzt den redner oder das stück perfekt von der akustik versteht das ist so geil cyberjäger und das heile instinkt von kämpfer aber sonst gehe ich komplett auf attentate und gifte vorsicht 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 blumen ja 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 die die so hier 500 meter nach der geht klar Oh ja, also, ähm, so das Heilungsding, das muss man eigentlich, ups, das muss man eigentlich machen. Guten Tag, Siegel, guten Tag, äh, Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020